Herzlich Willkommen zu der ersten Runde One vs One mit Bestrafung und ja diesmal wieder ein Video von uns beiden Hi 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 Und ja wir bemühen uns jetzt ein bisschen aktiver Videos äh so pro äh ja hochzuladen Produzieren Produzieren Ja und ähm Ja die Bestrafung für diese Runde ist äh Man muss Sherry Sherry Lady von Dieter Bullen singen und das ganze dann hochladen Spaß Aber damit sie nicht allzu hart ist machen wir so eine Minute davon Ja oder halt nicht Ja oder halt nicht Und ja Dann Es ist halt Best of Five Und ja Ok Ja ok Ich bin noch grad auf äh auf dem MC Borrow Server Äh MC Punkt Borrow Punkt U Genau so war das Und ja Für diesen Server hat Moritz halt ne 7 Block Range und ich so ne 4 Block Range Äh es geht voll Na ok go Na ok go Alle mal sehen wie wir feiern Oh fuck Ich bin so hart am Sweaten alter Ich bin auch am Sweaten Vor allem du hast all Vor allem du hast all Lies Ja ich hab heute übrigens What the heck Ja das tut gut Ja das tut gut sondern Nein Nein Fing dich аш Nein 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 Stop н So 枅 Äh ünder Ja wie viele hatten wir reden wirй sind mit Trzyn Start Aber dann schliga Co Schreibt doch bitte ähm Schrafen in die Kommentare Ja, genau, schreib mal. Strafung für die Nix. Weil es kommen eh wieder irgendwelche Hurenschmuggs. Das ist von Kira geklappt! Ja! Ja! Schaut euch diese Hits an von Moritz, Alter. Es ist geblocked. Es ist geblocked. Sonst hätte ich dich nie bekommen. Ja, aber diesen letzten Hit, den ich einfach nicht bekommen habe und den du einfach bekommen hast. Was? Was? Junge. Das sah aber auch gerade richtig komisch aus. Crack. Crack. Junge. Ich gewinne mir die ersten Runden immer. Ich gewinne mir die ersten Runden immer. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Alter, das war richtig gut gemacht. Das war echt, oh mein Gott. Ich bin wieder drauf gegangen. Fuck, Mann, das ist so anspannt. Nein, nicht gut. Oh, warte, ich mach mir eben eine Biss. Oh, warte, ich mach mal eben eine Biss. Okay. 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 Nice. LoL. 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 Ich konnte, ich, ja, ich musste drauf gehen. Ich konnte nichts machen. Ich musste drauf. Ja. Ja, aber es hat keiner. Aber es hat keiner kommen. Wenn Moritz jetzt die Runde gewinnt, dann muss ich Dieter Bohlen singen. Oh, ja, ja, ich fühl mich schon richtig zu scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, und es ist ja in den nächsten Wochen ein bisschen scheiße. Ich krieg meine Zahnspange nächster Woche. Also unten nur. Du Lapp. Richtig scheiße, Mann. Und dann feuch ich doch. Eh nicht so schlimm, glaube ich. Jetzt war ein richtig, jetzt war ein richtig. Ja. Geh weg, Alter. Nein, ich bin zu defensiv. Nein, ich bin zu defensiv. Nein, ich hab grad kurz geleckt. Nein, 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 nein. Ich hatte so einen Hut vor, ich hatte so einen Hut. Nein, nein, nein. Heilig, Heilig. Nein, nein. Ich schwör, ich hab mir die Maus grad so hart penetriert. Oh mein, oh mein Gott. Okay, Mann, ey, ich hab's grad nach Hause. Komm, 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 komm. Jetzt die Runde gewinnen, der hat gewonnen. Und jetzt sind die Stimme, der Gott hört, wird's mir leid. Ähm, ja. Oh mein Gott. Wer jetzt diese Runde gewinnt, muss kein Dieter Bohlen singen. Nein, bitte, Alter. Hab ich die zwei getroffen? Ja, aber kaum was getroffen. Ja, aber kaum was getroffen. Nein, nein. Bitte. Nein, nein, nein. Ich hab die Runde noch vor Arne gewonnen, Mann. Ich hab die Runde noch vor Arne gewonnen, Mann. Nein, nein. Ja, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Und ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, bitte fickt mich hart. Ähm, und, ja. Ja, Moritz macht die Absage. Ja. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö, süß. Ja, tschö mit Ö, Leute.